Ja, willkommen in Mattrei in Osttirol. Sie befinden sich hier in einer wunderschönen Wanderregion. Man muss sich heute vorstellen, Mattrei ist ja die zweitgrößte Gemeinde von ganz Tirol mit 258 Quadratkilometern und wir besitzen hier im Raum Mattrei über 1200 Kilometer erschlossene Wanderwege. Und wenn wir uns heute vorstellen, bei uns gibt es den Europa-Panoramaweg. Von da aus sieht man nur über 60 benannter 3000er im Mattreihergebiet. Und dann gibt es natürlich die wunderschönen Täler, Großglockner, Luftlinie, 10 Kilometer, ist natürlich der höchste von ganz Österreich mit 3798. Das ist natürlich auch ein Kletcherberg bei uns und natürlich zum Klettern. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten dort bei uns. Wir haben ja über 30 verschiedene Klettersteige im Raum Osttirol. Das fängt an von den Familienklettersteigen bis zu den höchsten Sachen, die man auch machen kann.